Moin moin liebe Steam Deck Freunde! Heute gibt es mal wieder ein kleines Quick & Dirty Tutorial. Und zwar, ich habe ja ein Video gemacht über die SteamOS Beta, die wahrscheinlich einen GPU-Fix für Starfield mitbringt. Das gab es unter den Kommentaren natürlich die Frage oder das Problem, dass sie diese Version nicht installiert bekommen haben über den normalen Weg. Deswegen erkläre ich das nochmal, wie das Ganze relativ einfach funktioniert. Ihr müsst erstmal in System rein und dort unbedingt den Entwicklermodus aktivieren. Den müsst ihr aktivieren, dann geht ihr unter Entwickler rein und dort müsst ihr einmal erweiterte Update-Kanäle anzeigen einstellen. Dann geht ihr wieder hoch ins System und dort, hier wird es mir schon angezeigt, weil ich es eben probeweise schon mal für euch gemacht habe, und dort wird ja aus Beta-Version, Steam Deck Beta. Ja, also beim Client muss man es nicht unbedingt zwingend machen, aber ich mache es immer, wenn dann beides Beta-Version. Und dann wird es hier auch schon angezeigt, das Update mit dem Grafikkartentreiber-Update. Also, Software-Update ausführen. Dann lädt er das einmal kurz herunter, installiert das Ganze und währenddessen können wir nochmal kurz schauen. Wir sind jetzt hier auf der Version 3.4.8. Und wenn das Ganze heruntergeladen ist, macht ihr nochmal in einen dementsprechenden Neustart. So, und nach dem Neustart können wir das Ganze einmal überprüfen, ob das auch soweit installiert wurde. Wir gehen auf System, schauen einmal nach. Und zack, wir sind auf der 3.4.9 und sind ready für Starfield. Also, danke fürs Einschalten. Viel Spaß dann mit dem Update und Starfield. Ich sage nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, unter Deck. Ich sage nur, bis zum zweiten Spec. Bis zum nächsten Mal.